Ich brauche eine Artillerie. Ich glaube keine Artillerie mehr. Ich brauche mehr Artillerie. Ich kann nie genug Artillerie in dem Spiel haben. Weck damit. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt könnte ich mal den Hacker locken. Locken wir mal den Hacker. Was soll schon schief gehen? Alle Einheiten tot? Gut. Kann man schon mal machen. Aber mal alle Einheiten, die man hat, verlieren in einer Runde. Das ist... Ich bin gar nicht sicher, ob das möglich ist in dem Spiel, aber... Der Gedanke, der Grundgedanke zählt, ne? Können wir nicht. Sooo... Es geht mir so viel aus, geht man weg. Ich habe mir gerade ein Benachteil geschickt, dass es drehenläuft. Nachdem ich den bereits anhat. Ja. YouTube ist auch dafür bekannt, sehr schnell zu sein. Ich will das Problem jetzt nicht. Vielleicht hast du hier nur aus der Seen angeklickt und weißt gar nicht, dass es Mainstream ist. Das müssen wir doch auch mal klarstellen. Das ist auch einfach nur der Internet langsam und du hast die Nachricht deswegen so spät gekommen. Ja, das nagt jetzt schon ein bisschen an ihm. So, ich bin wieder dran. Und dann sind die mal weg. So. Also. Gut, das war auch schon ganz schön weg jetzt. Aber das ist gar kein Problem. Vielleicht denkt YouTube, du wirst das gar nicht schauen. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ob du das überhaupt schauen willst? Es gibt gerade ganz viele tolle anderen Streams mit interessanten Leuten, die interessante Dinge erzählen. So, der macht vier Schadenspunkte. Frage, wie ich mir jetzt stelle, ist, kann ich denn meine Artillerie erreichen? Ohne, dass ich gleich wieder meine ganze Artillerie verliere. Ich will sie mal da hin. Ist das Ding. Das Problem, jetzt kann er meine Artillerie beschießen. Das wollen wir auch nicht. Komm doch mal noch ein Stück runter. Was ist drin, darf man? Reicht das? Wir werden es sehen. Ja, wir sind schon ziemlich mächtig in dem Spiel. Du musst nur ein bisschen drauf aufpassen. Die hält mir halt einfach nichts aus. Belohnung. Easy. Ich weiß halt, was ich tue. Wenn man halt so genau Bescheid weiß wie ich. Dann ist das halt auch alles easy. So. Hier werde ich in zwei Tagen und fünf Stunden. Oder in sieben Stunden. Und hier in... Ja gut, dann... Zuerst mal dahin. Raumverbesserung verfügbar. Taktikzentrum. Wo ist mein Taktikzentrum? Taktikzentrum drei. Hä? So, das wird doch schon verbessert. Was sind wir denn von mir? Was baue ich denn überhaupt alles? Ich baue auch eine Fabrik. Ach, der Hangar ist voll. Ich verstehe. Ach, deswegen war das Ding auch nicht fertig. Ja. Ich sehe. Lager ist voll. Lager ist voll. Lager eins. Was baue ich denn da unten? Ich wollte irgendwas von dem Zeug hier bauen. Ah, richtig. Ich habe das Ding verbessert, damit ich mehr Geld bekomme. Ich erinnere mich. Oh, das kostet alles so richtig, der Geld. Das kostet halt alles Geld. Das ist das einzige, was ich halt nicht irgendwie in riesiger Menge hätte. Oder habe. Alles andere habe ich bis auf Anschlag inzwischen. Aber vor Anschlag. Ja, ein Händlerwässerung. Okay. Dann fliegen wir jetzt mal schnell darüber. Das. Das ist eine Forderung abgeschlossen. Was hat er da überhaupt erforscht? Vielleicht hat er hier einen Panzer oder sowas erforscht. Das ist ein Modulplatz. Das könnte es gewesen sein. Ich habe es eben erst angeguckt. Das war irgendein Panzer, oder? Vielleicht. Bewegungseinsatz und steinisch. 400. Das wäre halt alles noch so richtig. Zweimal unterstütze. Oh, das wäre geil. Schutz. Ich brauche halt auf jeden Fall Geld so für Dings, ne? Um dann gleich Gebäude bauen zu können, weil das gibt... Die verfickten Gebäude... Äh, Gebäude. Doch, ja, Gebäude. Basisaufrichtung. Was macht das denn? Bewegungspunkt 1. Kontrollzone ignorieren. Hm. Ja, was macht das? Warte, wir hatten doch da Schutz. Schutz plus 1. Teuer und ich brauche noch... Ich brauche definitiv mehr... Apropos Hangar. Nee, ich brauche... Ich nehme meinen Hangar. Hangar. Ja, ich habe jetzt noch einen Platz. Ich habe Lebenspunkte... Minus 1. Wir hatten der 13. Ich habe jetzt noch einen Platz gesehen. Nö. Gut, wir bauen mal gar nichts, wie es aussieht. Hangar 3 ist gleich fertig. Ich kann wieder Einheiten bauen. Geil. Hangar 3. Was ist denn Hangar 3? Hangar 3. Ich brauche 110 Dinger rein. So, wieder von 3. 5 Artillerie. Ich kann noch ein paar Cheap Cheaps bauen. Wenn ich mal wieder spontan so alle durchlassen muss. Ja, schon ein paar Mal passiert. Was brauche ich überhaupt noch so? Hangar 3 brauche ich noch einen. Trifft ein in 3 Stunden. So, wir sind wieder auf Maximum mit allem. Geil. Hey, Fabrik 2. Also, das war jetzt einfach nur die Produktion. Wie schwer ist denn diese Mission hier überhaupt? Teil der Menschenrechte. Hier gibt es gar keine Missionsschwierigkeit. Ja, geil. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist jetzt eine Frage. Was haben die denn hier so? Faktmine. Leichter Panzer. Schwerer Panzer. Schocker. Der Schocker. Da sehe ich das Problem. Da sehe ich das Problem. Richtig. Hier darf ich wieder keine Flugzeuge einsetzen. Okay. Wir wollen erstmal Löwenherz. Ne, nicht den Kanzler. Ritter MK2. Gut, dann kann ich keine Artillerie rufen. Dann bleibe ich erstmal stehen, wie es aussieht. Jetzt kann ich aber Artillerie rufen. Brauche ich auch. Runde beenden. Ich lasse euch da einfach mal stehen. Das passt dann schon. Oh Gott. Ich erinnere mich, das habe ich schon mal dran geklappert. Ich lable an der Mission. Du machst mir deine Rakete 10. Ne. Er macht 10. Und du nimmst mich eine Punktstelle wieder ein. Damit ich nicht so viel Scheiße da machen. Und zum Beispiel da Einheiten spawnen. Der kann was? Moment. Das war nicht ein Feuerreichweite. Was? Das war doch nicht ein Feuerreichweite eben noch. Siehst du mich verarschen? Geil. Ich brauche mehr davon. Ich verstehe mir, dass es keine Schwierigkeitsanzeige gibt. Nein, nein. Das ist gut. Das heißt, die Mission ist sehr, sehr einfach. Liegt vielleicht auch daran, dass es eine Verteidigungsmission ist. Scheiße. So schwerer Raketeeinsatz bereiten? So, wo kann ich den denn hinstellen? Fünf. Ne. Das ist dezent ungünstig. Alles gut. Alles gut. Alles sehr, sehr gut. Hallo. Wofür hat man den Artillerien? Ich habe sogar jetzt noch eine mehr, weil ich habe noch eine gebaut. Aber ich finde es schön, dass der Gegner nicht unendlich viele Einheiten hat. Was ist das denn? Also, das ist irgendwie... Und es führt halt immer dazu, dass man sich nach Möglichkeit einbunkert. Wenn man sich den einbunkern kann. Nehmen das dann mal wieder ein. Das brauchen die jetzt nicht mehr. Auch Verteidigen kann schwer sein. Ja, das hängt jetzt auch von der Mission nach. Es gab da so ein paar Missionen, wo ich sehr unangenehm eingequetscht war. Das war in der Tat nicht sonderlich lustig. Da gießt man so ein bisschen nach da hinten. Ihr Kopf war wegen der Vorgefahren. So, ich kann ja noch den Kanzler rufen. Hier komme ich ja immer wieder. Aber ich sage muss, das Spiel ist jetzt nicht so schwer. Das heißt, ich bin halt auch nicht so unangenehm gut im... Und was sie in der Strategie spielen. Von daher genau mein Ding. Ich war ja schon mit Advanced Wars 1 am Limit. Die letzte Mission war da echt unschön. Jetzt muss ich auch irgendwann mal spielen. Dann kann ich das mal... Nochmal ganz schön nach oben. So... Oh, nur beenden erst mal. Ein paar Aktionspunkte sammeln. Und dann mal den hier aufbauen. Hier. Die müssen jetzt halt wieder, dass die diese scheiß Blitzdinger da haben. Die da. Mit dem scheiß Schockträck da. Ach, die können natürlich alle... Wenn ich könnte den Kanzler da hinstellen. Ui. Ich glaube, da bräuchte ich fast noch einen Panzer oder zwei. Aber dann... Den Schaden hat ja 13 Jahre. Der hält was auf. Und man sagt es mal noch ein bisschen Verstärkung. Und dann viele Aktionspunkte. Und dann ist die mal da hin. Dann kommen wir nämlich da angeschissen. Nur eine? Ich habe irgendwie mehr erwartet. Ich müsste... Wenigstens da hin, um uns zu treffen. So, das lässt sich anrichten. Du musst auch mal irgendwie weg da. Ja. Ja. Scheiße. Ja. Jetzt überlege ich mir noch was wichtig. Anderen Kill. Ohne gleich alles zu locken. Wobei ihn... Die kommen da nicht rein. Der Schocker kommt da auch nicht rein. Er käme da rein. Kann ich? Nein. Dann ist das schon mal schlecht. Das war jetzt gar nicht mal so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Da könnte ich noch irgendwas aus Feld holen. Ja, die Adlerie ist hier schon so ziemlich meine Lieblingsanheit, würde ich so sagen. Nein. Ähm. Ja. Moment. Wenn ich dich da hinstelle. Geht das nicht. Nein. Zurück. Wenn ich ihn da hinstelle. Aber das macht das genug Schaden. Ja. Verbrennen wir ihn einfach. Du bist im Moment. Der Schocker ist im Moment, dass wir uns doch gar nicht so weit kommen dürfen. Abgewehrt. Und jetzt muss ich aber mal hier ran klotzen, ne? Wie das was wird. Das ist nämlich nichts. So, Vasili, kannst du? Oh ja. Na, das war doch schon mal ganz schön. Wir haben ja hier noch eine schöne Rakele für dich. Und. Glücklich ist sie dann. Ha. War auch nur, weil keiner tun, warum wir fügt bei sich. Ja, das Ding war, zumindest im Hauptspiel von Empire Earth 1. Schon leicht OP. Ähm. Mehr und gab's dann dann ja leider praktisch gar nicht mehr. Leider, leider. Ja gut, ich hab' nur beenden, komm. Läuft's jetzt an und tötest dich selbst, ne? Hab' ich gewonnen. Ja, jetzt kommst du jetzt gut. Nö, wieso, hab' gewonnen. Ich bekomm' Geld. Das ist genau das, was ich brauche. Äh, vielleicht ist auch einfach nur der Lecker hat mir da sehr, sehr hoch. Dann brauchst du nur zwei Stunden da bist, ja, kein Ding. So, Hanger ist, jetzt kann ich noch mehr Einheiten bauen. Bauen wir doch gleich mal noch was, oder? Hm. Da hab' ich sechs schon, da hab' ich fünf, fünf, fünf. Kein, nix besseres bauen, nee. Dann bau's mal noch, Panzer hier. Und da natürlich noch eine Artillerie. Dann haben wir noch Fahrzeug frei. Oder warte mal, sechs Stunden, so wie lange dauert das? Zwei Stunden nur. So, ein Stopp. Ah.